Meine Freunde, wir haben es hart gehabt, als wir jung waren. Wir haben an der Jugend selber gelitten wie an einer schweren Krankheit. Das macht die Zeit, in die wir geworfen sind, die Zeit eines großen inneren Verfalls und Auseinanderfalls, welche mit allen ihren Schwächen und noch mit ihrer besten Stärke dem Geist der Jugend entgegenwirkt. Das Auseinanderfallen, also die Ungewissheit, ist dieser Zeit eigen. Nichts steht auf festen Füßen und hartem Glauben an sich. Man lebt für morgen, denn das Übermorgen ist zweifelhaft. Es ist alles glatt und gefährlich auf unserer Bahn und dabei ist das Eis, das uns noch trägt, so dünn geworden. Wir fühlen alle den warmen, unheimlichen Atem des Tauwindes. Wo wir noch gehen, da wird bald niemand mehr. Gehen können.